Was geht ab, liebe Leute und herzlich Willkommen, ich bin's wieder euer Jokermeister und wir spielen immer wieder Elden Ring. Also Leute, wir sind hier ganz kurz vor dem Ende des Spiels und ich zeige euch heute, wie wir hier den Vorboss ganz schön vermöbeln. Diesen, also Offenir, den Allwissenden, wir machen jetzt sowas von fertig Leute. Also seid gespannt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen auf jeden Fall. Der lässt uns eigentlich nicht zum Boss hier. Und deshalb sollen wir auch sowas von fachmöbeln, was er grad mit uns gemacht hat. Aber gleichzeitig immer wo der Hammer hängt. Und wir sind immer, mach ich ihn fach viel Müll. Sehr zack. Der wird sich jetzt bisschen aufmachen, aber kann er ruhig machen, dass das noch ein bisschen länger dauert. Das war's für dich. Das war's für dich. Gute Nacht, mein Freund. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese coole Asche bekommen könnt, dann schaut euch das Video rechts oben an, was ich euch verlinkt habe. Das werden wir mal sehen. So jetzt habe ich auch seine Rüstung bekommen. Mal sehen, was sie so drauf hat. Das ist die hier. Naja. Defamierte Drachenhelm ist zehnmal stärker auf jeden Fall. Der ist sogar mit Rallands, General Rallands Rüstung im Rang. Also ich behalte diese Rüstung auf jeden Fall heute. So, das war's für heute. Tschüss, viel Spaß beim Zocken, euer Jokermeister. Bis zum nächsten Mal. Bye.